Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster in unserem Piratenpark. Ich würde sagen, wir machen weiter und wir müssen gucken, dass wir hier noch Gold bekommen. Silber, wir müssen bauen vier beliebige Fahrgeschäfte, also müssen wir ein bisschen aufrüsten. Ich gucke mal die Forschung rein, weil wir haben ja die Forschung in Auftrag gegeben. Und wir nehmen ja immer mehr ein. 5000, also können wir hier auf 1000 mal raufgehen. 1, 2, 3, Bäm. So, richtig schön hochheizen. Wo ist denn noch eine Scheißkamera hin? Hast Ziel erreicht, Gold? Was? Lol? Äh, okay. Haha. Haha. So, schauen wir nochmal vorbei bei den... Äh, ich finde das immer gut. Ich finde das echt gut übernommen. Weil das, äh, war auch bei... Ähm... Bei Rollercoaster-Tacoon, dass man die Gedanken der Leute sehen konnten. Ja, wow, der High Seas zu lang, bla bla bla. Ja, haha, so in die Läden. Minus 8 Parkbewertung, äh, ist nicht cool. Ich werde nicht alles zu klasse mit Scheißding, mit Scheiß, äh... Da drüben werde ich aber noch eine hinstellen. Äh, gibt... Nee, ist... Da. Da so ein bisschen noch Duki-Luki. Ja, das ist echt klar. Fahrgeschichte, das gibt es noch so alles. Den haben wir erledigt. So, Insanity. Ich würde mal sagen, den macht Baum als nächstes. Den guten alten Insanity. Ja, komm, Insanity bauen wir zur neuen Hyperattraktion aus. Ja, komm, insanity bauen wir zur neuen Hyperattraktion aus. mit ausgang also normale weg so vollstoff kommt herein meine lieben freunde die fahrt der schlange wartet auf euch das ist also die wartezeit sieht man das fünf minuten nicht gut ja wohl kommt rein kommt rein hier der sprung brett sogar eigene musik anfügen lustig 29 minuten nein aber sieht aus wie so ein sprungenturm dunesana Huh? Dann würde ich den Eingang mal verschieben Ticketpreis Funktioniert das nochmal? Sequenz Ein Forschungsprojekt ist zu Ende Dass es genug Mülltonnen gibt Ja, 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 chill Kunstformen, Spezialeffekte, Natur, Requisitien Fass Mülltonne Muss man dazu noch so Leute einstellen Und die die Kacke da leeren Und die Kacke da leeren Ich würde gerne wissen, wie man den Eingang jetzt umplatziert Bitte Scheiße ist die Warteschlange bei Insanity voll Wichskrüppel Ah, hier anpassen Perfekt Eingang verschieben Kann man stoppen? Das habe ich noch gar nicht geschaut Äh, Steuerung Werkplatzierung Controller Tastenkürzel Hä? Meine Tastenkürzel Ich würde gerne Pause machen Ach, da schaue ich einfach nach Vorher jetzt ja mitschauen Was sei So die Scheiße Natürlich Warteschlange Hype 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 hoh-hoh-freude naja, warum kann das nicht Leute, warum? Ich habe die Schlange jetzt umgelegt, ja Warum funktionieren das nicht? Jawohl, ha Ich liebe diesen Park Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich Okay, weil er an der falschen Seite war Ah, das ist die Ich würde gerne eine Warteschlange So Bäm Das dürfte die Warteschlange nicht mehr so lang sein So, wie schaut es aus? Viel beliebige Fahrgeschäfte, also brauchen wir noch eins Wie schaut die Forschung aus? Worldly Ring, Familiengeschäft, yeah Nein, keine scheiße magischen Momente, verpiss sich doch Ich habe doch gesagt, da kommt ein Tausender rein Ah, komm mal, 1500 Ich bin so richtig krass Dann forschen wir noch ein Ding an solchen Gebäuden Machen wir auch nochmal 500 rein Also 2000 einfach nur in die Dinger anpumpen So, also ich habe neue Fahrgeschäfte bekommen Oh, das ist ja voll der Langweiler, alter Perfekt Silber So, voll der Dumpel ist shit, aber Da für kleine Kinder ein bisschen was krass ist Parkbewertung, jawohl Die geht ja förmlich durch die Decke Irgendwas hat geschlossen Was, wie, wer, wo Wo ist der andere Milchshake-Laden da Wo hat der geschlossen, der Wichser Du Hundesohn Hast du geschlossen, du Arschgesicht Dann kriegst du ein bisschen höheres Gehalt einfach Jawohl Ja, und das warst du an, oder Speichern wir den Park und raus hier Piratenschlacht 1 Äh, wir hatten uns im Hauptmenü Mal gucken, was der zweite Park so, äh, ja, veranstaltet Ja, und das warst du So, dann los geht's Bauen wir den alten Park wieder auf Nein, natürlich nicht Also ob man, dass ich keine Gedanken machen muss Was ist das dann? Ach so Das ist mechanisch What the fuck So, dann läste ich mein Park Dieck ... ... ... ... Vielen Dank. Plakataufsteller. So, dann würde ich mal sagen, Wege anlegen und los geht's. Welche Wege haben wir da genommen? Ah, hier geht's weiter. Ja, jawoll. Los geht's. Ja, wirst du wirst. Komm nach oben. So. Schienenfahrzeuge haben wir. Oh, geil. Boom Boat. Oh, geil. Riesig. Das wird mein... Oh, jawoll. Das ist mein Monster. Also, da bräuchte ich eine Warteschlange, die bis zum Mond reicht. Wie kostet die? 4000. Die muss ja... Na, weil das außerhalb des Parks ist, oder was? Das ist mein Wartes. kann man den scheiß höher bauen da kann man da nicht irgendwie hoch runter ach man fixer ja da würde ich mal sagen den park beginnen wir das nächste mal hat das doch ein bisschen länger gedauert aber ich hoffe euch hat sie dir gefallen der park haben wir heute abgeschlossen gut sogar mit gold ja also nicht kann man es nicht wieder merken du machst doch nichts bis zum ende alter aber ich finde es ein bisschen komisch dass es dann praktisch kein ende kommt also möchtest weiterspielen oder so solche dinge so ein bisschen schwierig kommuniziert aber ja dann würde ich sagen machen wir dann beim nächsten mal weiter wenn ihr noch weitere sachen sehen wollt schaut auf anderen projekten vorbei oder in der video schreiten findet noch ein paar links würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss auf Wiedersehen ciao